Stellt euch einfach vor, wir sind gerade mitten im Stream und ich spiele gerade GBL und dann kackt die App ab und dann drücke ich hier drauf und denke, ich muss ja noch meine Pokémon-Belohnung abholen, ja? Und dann drückst du auf die Pokémon-Belohnung, auf den dritten, äh, Batzen, weil da ist ja noch das Fragezeichen drauf, also drückst du da drauf und was siehst du? Oh mein Gott, was ist geschehen? Shiny Geroni-Matz aus der GBL, aus der Go-Battle-League, das ist mein persönliches Stream-Highlight, obwohl ich gar keinen Stream gemacht habe, aber ich dachte mir, ich setze mich einfach hin, das muss ich unbedingt festhalten, weil das finde ich richtig genial, äh, Husten ist auch noch da, Geroni-Matz, wie viele Raids habe ich damals gemacht? Wie viele? Bei der Chance von 1 zu 450 in den Raids habe ich so viele Geroni-Matz-Raids gemacht, bis ich endlich zwei Stück hatte, mir die rüber tauschen wollte, dann auch noch eins Lucky geworden ist, ich hasse Lucky Shinies, ich will die Farbe haben, dann habe ich die gelöscht, also das eine, musste weiter Raids machen, dann habe ich, ach, keine Ahnung, dann habe ich jetzt dieses Event gesehen, okay, es gibt die in den Quests, ich brauche keine mehr, alle freuen sich, machen Quests, ich spiele ein bisschen GBL, äh, Meister-Liga und kriege ein Shiny Geroni-Matz aus der Meister-Liga, finde ich auf jeden Fall richtig genial, das kann ja auch nicht fliehen, ihr könnt hier halt so ruhig einfach eine gelbe Beere draufhauen, könnt einen roten Ball nehmen, könnt ein bisschen werfen üben, wenn ihr wollt, guckt euch den schönen Hintergrund an, schöner Hintergrund, schöner Ball, schöne Beere, schönes Pokémon, für mich immer noch eins der seltensten Shinies mit, Manche sagen jetzt nach dem Event, also manches Buffer sagen, nach dem Event hat das keinen Wert mehr, ich finde es einfach richtig genial, guckt euch das an, 11, 12, 15 in der Nähe von Hildburghausen, gefangen, hier steht's, gefangen in der Meister-Liga, der Go-Kampf-Liga, Hildburghausen, Thüringen, 3.10. am Feiertag, heute neue Eröffnung gewesen, wieder vom Restaurant Hibu-Haus, das ist auch ein Grund zum Feiern, bam, habt ihr auch schon ein Shiny Geroni-Matz? Schreibt's mal in die Kommentare und was war das letzte Shiny, was ihr aus der GBL bekommen habt? Das war ein Stream-Highlight, ganz ohne Stream.